Ich hab wieder ein Setup-Exchange. Kannst du das aufziehen? Nee, das ist das Tool wahrscheinlich nicht. Was macht er? Ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem Server ist oder wo das liegt. Ich hab jetzt auf jeden Fall hier ein Setup. Jetzt kann ich liken, jetzt kann ich disliken. Ich weiß aber nicht, wo das hin ist. Von der Mod oder was? Ich weiß nicht, wo das her ist. Ich hab das gerade eben in der App-Leiste gesehen. Setup-Exchange heißt das. Wann ist das mit dem... Mit diesem, äh... Wie ist es? Wann hat er? Ich will nochmal so ein bisschen ins Limit zu gehen. Mal schauen, wie stark der ist. Okay, der war schon vorher krass kaputt, anscheinend. Ist schon anders jetzt wieder. Boah. So, auf der Runde habe ich was probiert. Hat es funktioniert? Schauen wir mal, wie die richtige Runde wird. Aber der hat einfach ein super default Setup. Ja, ja, ist echt so. Also, dass da alles stimmt, ne? Dass die Reifen richtig stehen. Und bei der klebt der echt super. Genau, so würde ich mir das halt wünschen. Wo ist das Problem, wenn der Typ jetzt erstellt? Der kennt dich doch aus, oder nicht? Oder wollen die anderen das selber basteln? Das ist ja... Teil von so einem Rennen, ne? Ja, ja. Das ist das, die wir sonst nicht haben. Es gibt halt auch noch die 20er-Version von dem. Es ist ein Pack gewesen mit... mit 20er-Version, 21er-Version. Und noch die Sprint-Car. Aber ich habe jetzt erstmal nur die... die, äh... die 21er-Version allein. Das ist immer schwierig halt mit dem Auto so in den Boxen. Und auf drei Uhr... die Ich dachte schon aus der Möglichkeit gefunden, dass du ein Setup hier laden kannst. Ne, ne. Da wird nichts angezeigt. Ich weiß nicht, wo er die ablegt. Du musstest das auch haben, dann können wir das mal ausprobieren. Ob das dann für die Leute auf dem Server sind oder die, die abhaben. 1,45495. 1,45495. Ich war 1,45371. Mir reicht schon, dass ich auf 1,45 geschafft habe. Sag ich ja. Du bist schon hinten mit dem Wagen. Du gehst auch noch besser hinten. Naja, weil ich halt 100 Runden fahre und dann eine davon geht, das klappt es. Das ist aber, glaube ich, nicht unbedingt Sinn der Sache. Es muss mit 100 Runden klappen. Es muss 100 Runden klappen, bis ich 1,4550 fahre. Oder, weißt du? Irgendwann. Ich gucke gerade die Rennergebnisse an. Und, äh, 11 Laps. Jeder einen Cut. 6 Kilo. Nur einen Cut, oder was? Ja. Und ich darf auch in der gleichen Runde. In der Runde 3. Boah, schon wieder zu früh geschaltet. Oh Gott. Meine beste Runde in der letzten... In der letzten Runde. Hä? Ich muss wechseln. Aber dann wird mir die Stecker schon fast wieder zu wild. Also, morgen lassen wir sie, glaube ich, noch. Und dann wechseln wir. Dann haben wir zweieinhalb Tage den gehabt. Ich würde gerne mal auch kurz weg von dem GT3, dass ich ein bisschen RMP in Formel vergrüßt. Bisschen kopffrei glieb. Weil ich steige mich so rein in dieses Ding hier. Und das ist auch lustig, das ist geil, aber... Ich verbeiß mich so sehr, dass es dann auch schon keinen Spaß mehr macht irgendwann. Deswegen brauche ich... Ich brauche halt mal einen Formel-Tag oder einen... Einen NMP-Tag, irgendwas. Oder zumindest nur eine Runde, weiß ich mal. Weil es ist nett, aber... Dreh durch. Ich brauche mich jetzt ins Bett. Die Front-Tag sind raus. Und durch. Ich dachte mal, gute Nacht. Ja. Ja, morgen bin ich ja wahrscheinlich raus. Ich dachte mal, gibts vorne drin. Das ist doch frech. Nee, ich sag mal, das kann jetzt... Vielleicht kommt ja auch morgen... Vielleicht am Freitag oder so... Vielleicht auch morgen erst noch meinen... E-R-Test. Ich muss auch noch gucken, wie ich mich jetzt hier aufbaue, weil ich kann das nicht an den Bildschirmen... Weil er zu nah ist, ne? Nee, weil er sich von dem Tisch bewegt und wackelt. Dann... Ist doch gut, ob und wie es geht. Und da auch so ein bisschen... Ach, der Tisch wackelt mit dem Lenkrad, oder was? Der Tisch wackelt vom Lenkrad. Dadurch wackelt der Monitor. Und wenn ich es auf dem Monitor oben habe, dann wackelt ja auch die Kamera. Das ist nicht still, dem. Dadurch wackelt es auch im Kopf. Das ist ja geil. Das ist ja wie so ein Rigg, der sich komplett bewegt, wenn dein... Wenn dein Monitor sich bewegt vom Lenkrad. Ja, der wackelt halt ein bisschen. Mein Schwanhals wackelt auch ganz schön. Also, ist schon witzig. Ist halt, äh... Ist der auch am Ding angemacht? Klar muss er ja auch. Der ist auch an dem Tisch fest, ne? Oh, guck mal, ja. Bei mir ist dann alles... Wird halt nichts im Tisch. An dem Regal an. Ja. Gut. Dann viel Erfolg. Vielen Dank. Bis Rennen. Hat Spaß gemacht. Ja, Spaß gemacht. War witzig, ja. Das ist doch eine gute Idee, das zu machen heute. Hab ich schon letztes Aufmerkaufel geschlagen. Ich fand's halt nur ein bisschen doof, weil ich hätte gern mit mehr, aber nochmal zu zweit reicht auch, oder? Ich hab halt nie... Ich hab halt nie... Zeitpunkt gefunden, wo halt mehr als zwei da sind, oder so. Aber reicht schon mal wieder ins Öl hier. Passt jetzt, so witzig. Erstmal, ja. Gut. Und dann, nach die Nacht, schlaf schön. Auch so, tuto. auch so sagt er schlafen wir müssen wir müssen trainieren heute hatte ich mehr krämpfe wer weiß wann die wiederkommen nicht mehr aufhören ich musste beim ich musste schreien vom tisch weg hier vor schmerzen mehr trainieren einfach trainieren damit wir besser quitten können freuen wir wieder haben können also freuen wenn die richtig durchgegangen wären wäre ich bestimmt gelähmt teilweise was das da kam wieder ich mein was mit durchgegangen wäre wenn ich sie nicht hätte abwenden können direkt unter dem scheiß herz oder kannst du nicht vorstellen hatte ich auch brauch ja motorbremse schwierig vielleicht dann noch eine pizza wir machen einfach wenn ich müde bin gerade hören die halt aufzuwirken die meisten aufhören doch ja doch antibiotika wirkt ja eh immer aber die anderen hören so langsam aufzuwirken und ich bin im kopf fühle ich mich wohler und jetzt nehme ich wieder dann bin ich wieder so langsam so nervig man selbst merkt man ist man will schneller aber kann ich jetzt nicht im spiel sondern generell so der körper so lang so gedrosselt ist einfach unangenehm aber das sind die vorgaben die challenge damit arbeite ich gesund was machen die menschen das hat mir täglich immer noch nicht beigebracht wie ich das rein machen mit dem geld hier also hier geld verdienen level gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach man, also willst du mal so ein bisschen... Ach, deine Mutter hat Track Limits im Gesicht, ey. Das wird hier ernst und ich will hier Sirius was üben und der sagt, was... Die Track Limits, sag ich mal, kurz da rausgerutscht bin. Soll ich machen? Ich muss doch schneller probieren, das Ganze. Das ist eine riesen Mammutaufgabe, was ich mir hier auferlegt habe. Das ist eine riesen Mammutaufgabe. Ich mag das so, mach das immer so. Das ist eine riesen Mammutaufgabe. Ich habe 10 Minuten. So ein Trail Braking probiere ich auch in der Korra, aber irgendwie, wenn ich mit dem das mache, hier probiere ich es ja auch. Aber das ist ja hier, wenn ich loslasse, geht ja auch nicht. Ich werde einfach weiter kämpfen, dass das Zeug hält Tag für Tag und der Körper mitmacht, aber heute hat es mir wieder Angst gemacht. Jetzt ist auch der Bremsfuß wieder besser. Der war vorhin wild, keine Ahnung. Ich muss jetzt nicht sagen, dass er so gut ist. Ich hätte eh besser gesagt. Jetzt habe ich langsam ein spannender Gebremsfuß. Jetzt habe ich 0,2 hinten. Tag 6 clear, stay behind the white line. Ich habe gerade mal geschaut, schon 7,5 Stunden hier. Sagen wir da vorne, es ist jetzt nur 6,5 Stunden gefahren. Das ist noch ein bisschen gequatscht. . Alltien, es ist noch einTell масшт�any, wie es zum wiem, das ist, vielleicht boost dich. Es muss doch irgendwelche Tricks geben, wo man ohne dass man 200 Runden fährt besser wird, oder? Weil alle 200 Runden mal eine gute Runde zu haben, ist halt alles andere als gut. Das ist einfach nur ein blüder Zufall. . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020 Die Runde, die ich habe, ist die zweite Runde gewesen. Ich hocke mich ins Auto, fahre zwei Runden, dann fahre ich eine Runde und dann kann ich die Runde nie wieder schlagen. Und das verstehe ich nicht. Das check ich nicht. Wie dumm kann man eigentlich sein oder wie schlecht? Wie dumm kann man eigentlich sein oder wie schlecht? Das ist ein Ende der Session. 44946. Aber Session geht nicht weiter nach Quali, wenn ich alleine bin. So anstrengend. So. Ich fahre jetzt noch ein, zwei Runden und dann vielleicht haben wir die Essenspause. Und dann machen wir noch eine zweite Session. Keine Ahnung wie lang. Ich müsste meine Tabletten nehmen, aber ich... Genieße es gerade von hier runter zu kommen. Um einfach ein bisschen zu mehr realisieren. Ich bin einminiert. Ich bin einminier. Ja. Потому, dass das Geist. ich kann nachher noch mal so fahren in der richtigen runde aufwärmrunde probieren oder was ich habe es aber wirklich mit der Railbrugging probiert wow wieso dritter ist wieso ist dritter so 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 war ich so schnell das dritte war ich so schnell das dritte gang schon zu lang also ja keine ahnung mit dem arsch kann ich mal reden was hier fahren man keine zeit zu reden was zu vernieren reden dann muss ich doch besser werden dazu lernen man diese scheiße tag für tag oder verstehe ich dass ich das den müll keiner anschauen will das hat jetzt noch ein bisschen pushen egal wie jetzt ein bisschen ab zu mir sehen selbst bin muss ich ich nehme gleich die tabletten da bin ich so gebremst habe ich wieder herzschlag keine ahnung von 70 oder so ist eh ziemlich low geworden vergleich zu sonstens bin ich immer mit 120 hier gehockt was ja auch okay ist eigentlich so es passt es 90 rum glaube ich okay das hat sich auf jeden fall gebessert durch die ganze blöde schlubb gut so 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 zu vorsichtig gebremst drauf geschaut, dass ich so langsam die Bremse loslasse wie ich es lernen will, aber 0,2 verloren Katastrophe und Cut Ich weiß, ich weiß Ja, ich habe versucht ein bisschen enger zu fahren, aber so krass über den Curve geht auch nicht Mit der Wind Meine Lieblingspuff Ghost Man Kich 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 Okay, Gino, you've got 10 bits of fuel remaining. Nee, boah, ich versuch's so verbissen, man, aber ich krieg das nicht hin. Ich muss aber besser werden, ich kann nicht so schlecht bleiben. Kann man da Leute für bezahlen, die einem helfen oder so? Rainer? Rainer? Ich hab zwei Geld, aber ich kann dem versprechen, dass ich ihm Geld gebe. Okay. Gut. 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 Gnochen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin identische Zeit gefahren. Was ja okay ist. Bisschen Jump and Run spielen und hier beim Zocken nebenbei zuschauen. Wollt mal ein Giant Sisters Twisted Dreams reinzocken. Ui. Das ist ja der Mario Klon. Das ist ja krass hier. Ich hab mir damals echt gefragt. Ist das nicht das gleiche wie Mario? War wild damals als ich das entdeckt hatte. Meteor Jäger. Okay. Achso. So vorzocken. Okay. Das ist schön. Das ist schön. Ich dachte ich mach gleich mal ne kleine Essenspause. Ich muss ja ne Menge Quillen gleich neben mir. Scheiße. Ich komm grad so ein bisschen langsam runter von einigen Tabletten. Aber ich muss schon wieder die nächsten nehmen. Genieße so ein bisschen die Freiheit im Kopf. die ich aber nicht haben darf. Muss vielleicht den ganzen Müll da nehmen. Noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf plus Spray muss ich nehmen. Noch. Jetzt verteilt er die nächsten zwei Stunden. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich klar. Oh, ich hab... Egal. Ich komm hier. Egal. 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 Fahrgeriff. Alleinerinnen. Das ist ein vorbildlicher Vater. Zock die Spiele voraus, damit man nicht... Damit die... Kinder äh... nicht blödsinnig zocken. Man kann sich ja sonst jede Ausseite suchen im Leben. Aber so ist es... So kann man es zumindest erklären. Ich möchte alle Spiele, die ich hab zocken, damit ich sehen kann, dass ich meinen Kindern zocken lassen kann. Das ist ja okay. Mensch, Grombus. Mir kanns ja sagen, du hast einfach Bock. Wär doch nicht dein Vibe oder so. Gabbach. Vierter Gang hier. Weiß nicht. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Die letzten zwei Wörter gefallen mir. Beste Gags. Dankeschön. Kuss. Kuss. Machen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 was 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 porsche hat 50 prozent von racing übernommen herr wieso krass sie wollten ja einsteigen in die in die formel 1 borsche und audi wegen volkswagen haben die ja beschlossen oder wie war das aber warum da hast du doch wegen motor stimmt und da will ja weg von der formel 1 und dann kriegen die vielleicht motor von denen stimmt die muss das hat der neuen motor dann entwickeln und normalerweise lässt red bull sich da nichts aufkaufen oder so oder übernehmen red bull braucht er so stark sie sind scheiße gelesen nicht gebremst ja es sind alle motoren gefriest nicht nur honda alle sind gefriest bis 27 oder 26 so soll das reglement halt jetzt aber das mit diesem motor freeze ob ich das so wirklich glauben soll nächstes jahr ist bestimmt trotzdem vieles wieder anders ob die restlichen teile so viel ausmachen dass sich so viel ändern kann und der motor gleich bleibt weiß ich ja nicht ich meine es ist schon risikoreich aber die brauchen ja neuen motor hersteller red bull wird schon diese ganze sag ich mal diese aktuelle ära mit ferrari zusammen hohen teilweise regieren wenn sich jetzt nicht bekannt sich ja nicht wenn die mutter angefroren sind und dann mal schauen mal schauen wenn wir das neues reglement kommt dann fängt ja wieder alles von anfang an ich glaube die mussten das sogar machen also haben sie einfach die teile von honda übernommen oder hatte die gar keine ja 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 ist das so mit thailand ich habe mich darum gekümmert was wo ich weiß nur dass die mensch viel geld haben und halt einfach viel aufkaufen und überall drin mitmischen in normalen sportarten aber hauptsächlich auch in extrem sportleiten und irgendwie massig an geld für überfügung haben was du dass dieser matte schützt keine an ob du noch der chef ist oder so dass der da viel zu sagen hat falls das noch so ist ich weiß nicht genau wer darf die wer wer darf den motor weiterentwickeln das rezept wenn der red bull kommt das teile hat der hänger bei red bull mit bitte Prozent deswegen durfte auch fahren Okay, okay Achso, bis jetzt halt, aber jetzt sind die alle gefriest Du meinst, die haben den alten Motor weiterentwickelt oder was? Ich glaube, sollen die schon länger ausgestiegen eigentlich? Oder wollten die nicht schon lange raus? Ah ja, und wenn nicht, ist egal, ist alles halb so wild Du erzählst mir halt und dann passt es ja Also, wenn es jetzt auch nicht stimmt, ist es für mich auch nicht so schlimm Du erzählst ein bisschen, wir quatschen ein bisschen Und dann erzählt vielleicht ein anderer mir vielleicht mal das gleiche oder was anderes Und dann denke ich mir, okay, stimmt oder auch nicht Das ist alles halb so wild, du Aber erst 26, oder? Ja, irgendwie so dauert es jetzt hier Sagt hier nur so ein paar Jahre Vier, fünf Jahre dauert immer so In der Motoren-Generation Das wurde ja durch Corona eh verschoben, ein paar Jahre nach vorne Sollte ja schon 2020 kommen oder so, glaube ich, hier neu Oder 20, ja, weiß gar nicht Ich denke schon Ja, mach das und dann kannst du ja so grob korrigieren oder bestätigen, dass du da geschrieben hast Wie du Lust hast Wie du Lust hast Ich glaube, die sind schon alle pennen gegangen, keine Ahnung Technik war bis vor einer Stunde ja noch da Und ich glaube, die meisten sind schon schlafen Tuchel ist vorhin gerade schlafen Und bist du gespawnt Quart weiß nicht, ob er noch da ist Genau, die, 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 ähm, aber die Ach, ist nur da Okay Die verschrumpelte Vorhaut, aber Ich fahre sogar Rennen gegen mich Hauptsache, ich kann fahren Und das hast du recht, aber Da wäre ich nicht am Server und ich hoffe halt immer, dass irgendjemand joint Ich habe irgendwie immer so ein Gefühl, wenn ich online bin, dann bin ich nicht alleine Was ich meine Da könnte jederzeit einfach jemand joinen Zumindest von unseren Bekannten, die die Packs haben, die wir auch haben Aber ja Oder weiterbasteln, ein paar Sachen testen Ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal Ich nehme jetzt erstmal meine Medizin Fange ich erstmal an Ich muss jetzt in den nächsten zwei Stunden sehr viel nehmen Und machen wir erstmal eine kleine Race-Pause Was essen, Medizin nehmen Und dann schauen wir dann Vielleicht nachher weiter Und dann schauen wir dann Untertitelung des ZDF, 2020